Die vier besten Schreibtische für einen produktiven Arbeitsplatz Ich bin sehr zufrieden mit dem Humidec Schreibtisch. Der Computertisch ist stabil und hat genügend Stauraum mit seinen Schubladen. Der Kopfhörerhalter ist ein praktisches Feature, das ich täglich nutze. Der Bürotisch passt perfekt in mein Arbeitszimmer und bietet genügend Platz für meinen Laptop und andere Arbeitsutensilien. Die Holzoptik verleiht dem Schreibtisch ein modernes und schönes Aussehen. Ich würde diesen Schreibtisch jedem empfehlen, der einen funktionalen und stylischen Arbeitsplatz benötigt. Ich bin absolut begeistert von meinem neuen Bestier-Computertisch mit Ablagefächern und Regalen. Der Schreibtisch ist perfekt für kleine Räume und bietet genügend Platz für meinen Computer, Bücher und Schreibmaterial. Die umkehrbare L-Form ermöglicht mir Flexibilität in der Platzierung und ich kann das Bücherregal auch als Raumteiler nutzen. Die Qualität des Materials ist hervorragend und der Aufbau war einfach und schnell erledigt. Alles in allem kann ich diesen Schreibtisch nur wärmstens empfehlen, insbesondere für Menschen mit begrenztem Platzangebot. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen, in puncto Kassa, Klappschreibtisch. Der Wandklapptisch ist sehr praktisch und spart Platz in meinem kleinen Arbeitszimmer. Die Tafel und Pinnwand sind eine tolle Ergänzung, um Notizen und Ideen festzuhalten. Der Holzfarben-Look passt perfekt zu meiner Einrichtung und macht den Schreibtisch zu einem echten Hingucker. Die Montage war einfach und das Material scheint von guter Qualität zu sein. Ich kann diesen Schreibtisch jedem empfehlen, der einen funktionalen und stilvollen Arbeitsplatz sucht. Ich habe den Amazon-Marke Movian Stanberg Schreibtisch in der Größe von 140 x 110 x 76 cm in Kerneiche Weißeffekt gekauft und bin extrem zufrieden. Der Zusammenbau war einfach und schnell erledigt, die Qualität des Holzes und der Schubladen ist sehr hochwertig und die Farben passen perfekt zu meinem Arbeitszimmer. Mit einer Breite von 140 cm ist er groß genug, um alle meine Arbeitsutensilien zu verstauen und gleichzeitig Platz für meinen Laptop und zusätzliche Unterlagen zu bieten. Ich kann diesen Schreibtisch jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem schönen und funktionalen Arbeitsplatz ist. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.